Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Donald Trump übernimmt die Chefin des Secret Service vor einem Kongressausschuss für ihren Dienst die volle Verantwortung für das Verhalten ihrer Mitarbeiter bei einem Wahlkampfauftritt von Trump. Der versuchte Mordanschlag gegen den früheren Präsidenten Donald Trump am 13. Juli ist das bedeutendste operationelle Versagen des Secret Service in Jahrzehnten. Auf Fragen zum genauen Ablauf der Ereignisse antwortet die Behördenchefin ausweichend, etwa ob der Secret Service einen Mitarbeiter auf dem Dach postiert hatte, wo der 20-jährige mutmaßliche Schütze sein Gewehr abfeuerte. Trump überlebte das Attentat nur knapp und wurde von einer Kugel am rechten Ohr getroffen. Der mutmaßliche Täter wurde von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen. Vor den Schüssen sollen Teilnehmer der Kundgebung auf den Schützen aufmerksam gemacht haben. Der Secret Service ist zuständig für den Schutz amtierender und ehemaliger Präsidenten. Cheadle war 2022 von Präsident Joe Biden zur Chefin des Secret Service ernannt worden.